Ich brauche doch mal ein bisschen. Warte mal, hat er seinen Mann daneben hier. Die ist auch richtig exorbitiert, die Frau, glaube ich. Was ist los? Benni! Ja, was? Das ist mit dem Führer. Das hat doch nicht geknallt. Doch, es hat geknallt, der Führer. Ja, was soll man sagen? Dann geht doch zu dem VW-Fahrer da hin. Könnt ihr euch unterhalten, Fachsümpel. Aber hier war noch. Du hast doch richtig Bock auf die Nummer, oder? Wenn ihr hier drin saßt, du bist total ausgeflimmt. Und die Weihnacht unsere Birner sammeln für eine Aktion Kolibre.